wunderschönen guten tag und willkommen zu einer neuen folge minecraft monster hier bei eurem was den nato lp und ich glaube es wird gerade wieder dunkel dann wo ich auch gleich ja dann gehe ich gleich erstmal schlafen gucken mal kurz auf dem feld da ist mich schon wieder was fertig alter das ist es ist boah als die baumwolle die geht ja richtig ab wenn die einmal erwachsen ist was mich jetzt stört ist dass ich das ja nicht irgendwie so einzeln abpflanzen kann sondern einfach immer zerstören muss aber es jetzt nicht so schlimm das gab jetzt nur einsamen das ist ja jetzt mobbing so jetzt wird es dunkel dann die schlafen dann nicht erstmal schlafen ich höre schon wieder die skelette um himmels willen ich überlege noch ob ich hier wirklich so eine tür mache ich habe ja einen bauplan dafür schon ich brauche nur redstone dass sie einfach eine tür mache ich weiß nicht welche mit schalter machen wenn das von draußen die viecher drauf dann geht das ja auch auf und anders weiß ich nicht ich überlege mir weil ich würde dann gerne sowas machen habe ich schon mal gesagt dass dann die türen wenn ich auf den auf die bodenplatte gehe einfach nach links und rechts sich automatisch aufschieben da bräuchte wieso dann noch viel erzeugt du brauchst ja noch so ein und so weißt aber egal da verbrennt aber jemand sehr nah an unserem haus so ich muss das zeug hier noch loswerden mit dem zurück kann ich ja nicht losziehen ach so die kommt nämlich hier hinten haben wir auch schon wieder gut was zusammen und da konnte ich ja so weit zu fäden unwolle was kann ich auf den fäden machen stoffrotor 36 36 Uhr auf diesem motor ich bin nur stunden 30 minuten effizienz 90 prozent windmühlen cool leine ich möchte mit leine ach buch brüche hoch gedruckt seiten essenzgläs was ist das wieder dynamit das klingt natürlich karamell ok es gibt also auch viel zu essen hier würde ich ein feilschirm das ist ja alles gibt was ist in diesem modpack alles gibt es ist einfach wahnsinn ja ich werde hier ewig brauchen bis ich überhaupt alles weiß so halbwegs alles werde ich sowieso nicht wissen können das ist einfach viel zu viel wissen was mich hier erwartet aber mir gefällt das so ich mag das ich liebe es glaube ich kann auch von hier und dann ja ich glaube das war die jule woher eben noch waren also in der letzten folge ja das ist die das ist hier habe ich schon kupfer nämlich mit so und da sehe ich auch kohle kohle ist jetzt nicht so das wichtigste von daher bei da muss ich mich jetzt hoch da wie auch kein bock ja ich muss ja aufpassen ich habe irgendwo noch das skelett unter der erde versteckt da kam ich wo gehe ich jetzt lang am besten ich gehe mal hier hier waren hier war gefährlich hier nicht okay oder unten noch gar nicht ausgeleuchtet ich nehme ich die kohle mit weil ich die da vorhin habe liegen lassen nehme ich jetzt die mit ganz einfach nehme ich halt andere also kohle ist genug da das wird kein problem das ist ja wenigstens was ich weiß noch früher in minecraft da warst du froh wenn du kohle hattest ich weiß gar nicht ob ich da ich dürfte auch noch videos haben davon damals auf dem kanal oh mein gott welche glückliche fügung auch schön ich bin im himmel das muss ich jetzt alles mitnehmen ist tut mir leid aber es muss sein das muss jetzt alles mit wo ich ließ das was herrlich war will einfach weiter marmor ist mein lieblingsbaustoff hier in den dem mod pack und gleich eisen darunter ne einfach marmel da fällt mir auch von der optik sogar noch besser als quarz es passt einfach wunderschön gerade mit dem texture pack hier da finde ich marmel und marmor schon noch besser als quarz weil quarz auch sehr geil aussieht kann ja immer variieren ein bisschen aber ich nehme das jetzt erstmal alles mit ich höre einzig nähern das skelett jetzt erstmal nicht so schlimm ausgerüstet auch wie viel marmel ist ja ich suche mich hier tot und hier ist die goldaderweise und kohle auch noch mit dabei natürlich natürlich und wir sammeln erfahrungen ich müsste weil demnächst ein verzauberungstisch machen aber ich glaube es habe ich noch gar nicht glaube ich oder werde ich wohl mal ein wenig tiefer buddeln müssen demnächst aber jetzt erst mal hier auch gott sei dank ich habe noch die eisen scheint ein bisschen effektiver zu sein hatte ich doch grad stein oder was einfach die marmor mitnehmen ja da kann ich nämlich gleich noch die hütte fertig bauen ist das nicht geil ist das nicht geil leute die hütte wird fertig schale sieht auch nicht schlecht aus eigentlich ne aber erstmal die marmor wo ich dachte ich dachte ich sah ein skelett fehlt mir jetzt noch so viel habe ich jetzt sieht jetzt erstmal viel aus und ich werde ich finde jetzt den weg nicht mehr raus wobei doch finde ich noch gut vor nehme ich natürlich auch mit wie gesagt gerade kupfer und sowas ist vermutlich extrem wichtig für die technik nachher kupferleitung muss ich aufpassen hier muss ich aufpassen da unten steht skelettor der alte sack ja das ist jetzt hier bloß ein bärenstein und ein bisschen eisen ist da riskiere ich mein leben ist nicht für zumal ich auch hier ein bisschen davon habe und aluminium aluminium kupfer bärenstein alles mitnehmen dafür sind wir hier um ein bisschen die materialien zu nehmen so ist mir noch zu dunkel in der ecke ich finde nachher wieder raus hauptsache ich finde nachher wieder raus das aluminium lasse ich da jetzt mal gibt es ja noch andere sachen zum beispiel ein skelett dass ich mal lieber mir vornehmen werde so den bärenstein nehmen wir auch mit muss mehr ausleuchten und ich muss mehr essen boah das war jetzt ordentlich so ein lecker steak so geht schon gut rein was gucken wir granit ich baue es mal ab schnauze könnt ihr meckern wie ihr wollt ich baue es ab hab ich gesagt ich will nämlich gucken was ich mit dem granit ach guck da kann ich auch stick draus machen nee das kann ich mit dem granit kann ich aha kann ich quasi also auch als steinersatz nehmen ich traue mich ja nicht großartig zu gucken jetzt granit ist quasi stein einfach es ist einfach stein okay gut zu wissen gut wo ich das jetzt erstmal nicht wenn das im prinzip wo bin ich denn hier bin ich um sie mit dem himmel sowas gleich vor der tür hier weißt du zin 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 machen als das niemand kennt wo war denn das in welchem film zin zin war das in die blaue lagune ist schon der inzestfilm des jahrhunderts auf jeden Fall muss ich hier unten ausleuchten ich wollte noch gucken ob ich quarz einschmelzen kann was hier alles ist einfach alles oh hey freund sollt nicht auf mich schießen penner oh klung 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 und schon wird es unkern natürlich oh wie viel rohstoffe sind hier das ist ja unfassbar mal gucken boah für die ich bin schon wieder voll was los das gibt es ja nicht wie schnell einfach das inventar voll ist ne du hast noch kaum was gemacht und das inventar ist voll du bist hier 10 minuten einfach nur in so scheiß du kratzt gerade mal in der oberfläche der wühle und bist du einfach schon voll noch nicht was sind das hier wie viel nerz boah das kann ich mir noch holen eigentlich oder ruhig mir das boah ich ich weiß es nicht er war so als hätte ich gerade unseren skelett freund die wir vorhin eingeschlossen haben gesehen aber wohl nicht so ich mir jetzt noch so olivia öl äh 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 ist der überhaupt noch da ich glaube nicht unser skelettiger freund jetzt muss ich gucken wie ich hochkomme wieder nicht dass mir gleich ein zombie auf den kopf fällt oder so mir unser skelett freund ist nicht mehr da So, aber wo ging es raus? Ich fürchte, an der Oberfläche ist Nacht. So wie sich das hier anhört. Und ich fürchte, ich weiß schon wieder nicht mehr, wo ich herkam, wo ich hin will. Aber ich glaube, es gingen mehrere Wege raus, ne? Und wenn ich erstmal draußen bin, die war falsch, finde ich den Weg schon. Oh, dieses Quarz, das... Schon allein, wenn ich den Namen Quarz lese, werde ich irre. Ja, auf Terraconia würde ich dafür töten. Hier hängt es einfach so in der Wand rum. Blätten sich das aus dem Gebiet mit einem Ei. So, von hier komme ich aber nicht weiter. Fucking Shit. Ah, hier. Oh, Schweine, Alter. Du bist so eine Sau, ne? Das kannst du mit mir nicht tun, ne? Hallo. Lauf schnell, Junge. Lauf schnell. Ich weiß nicht, was hier auf mich lauert. Vor allem vor der Tür. Puh. Boah. Alter, was wir jetzt alles gekriegt haben hier, ne? Boah. 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 Da kann ich jetzt auch mal einschmelzen, ne? Da kann ich jetzt aber einschmelzen. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Hier haben wir Zinn. Wir haben Olive. Daraus kann ich... Daraus kann ich... Boah, ne Olivenaxt, Alter. Was zur Hölle. Einfach Olivenzeug. Das ist ja geil. Sieht doch cool aus, ne? Ich meine, das sieht jetzt nicht so... Ne Sichel. So was baue ich bestimmt auch mal. In der Säge. Alter, ist ja geil. Steinstab. Ist ja der Hammer. Ist ja einfach der Hammer, ne? Boah, ich liebe dieses Modpack. Ist ja einfach geil. Das ist so geil. Was man hiermit alles machen kann später. Hier, einfach... Einfach ein Rucksack. Wolle. Fäden. Hey, theoretisch. Und ne Kiste. Pass mal auf. Ne Kiste sollte generell kein Problem für mich sein. Oder auch doch. Ne, Kiste sollte kein Problem sein, lach. Ich hatte jetzt... Jetzt ist natürlich ein Problem, aber... Der Platz. Pass auf. Zack. So. Reicht natürlich immer noch nicht am Platz. Ist ja klar. Aber ich kann erst mal die Kiste machen. So, dann... Nehme ich die zwei Bärensteine. Ne, das mache ich ja noch hier alles. Warte, ich packe das schon mal hier rein. Haha. So, und dann war es Wolle. Da... Da ist jetzt das Problem mit der Wolle. Da ist jetzt das Problem mit der Wolle. Was eigentlich kein Problem ist. Denn theoretisch... habe ich Wolle. Und auch praktisch habe ich Wolle. Ich muss sie noch finden. Wo habe ich die denn hier? Jetzt gucke ich erst mal die Wolle. Wie war das jetzt wieder? Genau. So. Reicht noch nicht. Ich weiß nicht. Wie viel habe ich da jetzt gebraucht? Äh... Wie war denn das? Wie war denn das? Wie war denn das? Bärensteine? Also ich brauche zwei Bärensteine. Das weiß ich. Ach, ich brauche ja Fäden. Scheiße. Eine Wolle. Eins... Zwei Wolle und vier Fäden. Okay. Eine Wolle, vier Fäden. Eine Wolle, vier Fäden. Ähm... Kriege ich nur einen Faden? Was denn das für ein Scheiß? Okay, ich brauche mehr Wolle. Ich brauche mehr Wolle. Zwei Wolle brauche ich. Fäden. Ich mache das. Ich mache das jetzt noch. Das schaffe ich. Guck mal, hier ist alles fertig soweit. Hey, was... Ich muss das hier doch abzäunen. Ich muss das hier umzäunen. Sonst züpfen wir hier die Nachbarn drauf. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Bad Neighbors. So, was habe ich gesagt? Vier Fäden, ne? Das war hier. Hier, 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 glaube ich, oder? Wie war das? Scheiße. Ja doch, das war schon mal richtig. Da, 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 da und da. Okay. Bau, 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 bau. Hier. Hier. Oh, Rucksack. Hallo? Hm. Warum kann ich damit jetzt nichts machen? Toll. Toll, wozu habe ich jetzt den Rucksack, bitte? Wenn ich... den gar nicht anlegen kann. Was soll das? ich würde gern jetzt erklären schon scheiß jetzt habe ich extra rucksack gecraftet geht er nicht versteht nicht schade schmeißt die kiste erst mal meine kramkiste hier es ärgert mich ich habe einen rucksack und kann nichts damit anfangen ach blöd so quecksilber ich wollte gucken habe ich jetzt zufällig habe ich zufällig quarts cobblestone ja da macht was woher mich jetzt gucken wenn da jetzt quarts rauskommt dann brauche ich mir das doch noch alles ab ja ist das schön ist das schön ach guck mal während ich hier kokel kann ich doch mit meinem mabel ja die folge wird jetzt ein bisschen länger ich mache jetzt noch das dach das geht ja schnell haben jetzt genug hoffe ich alles mitgenommen was ich gefunden habe ja das heißt locker da ich noch so viel rest auch schön herrlich endlich fertig so das ist so aluminium ich werde jetzt hier glaube ich noch ein bisschen weiter schmelzen außerhalb der aufnahme ganzen zeug ich brauche noch eine ganzes zeug kiste habe ich hier glaube ich quarts marbel pflasterstein gut so wie sehen wir dann in der nächsten folge von minecraft monster bis dahin sage ich tschüss bis zum nächsten mal